Hallo und herzlich Willkommen zu Halbzeitgedanken. Zu meinem heutigen Gast passt ein Satz ganz besonders, ein Leben für den Hund. Was dieser Satz zu bedeuten hat und wie die Liebe zu einem Mann und zu den Tieren ihr Leben verändert hat, das erzählt sie uns heute. Ich freue mich sehr, dass du da bist und den Weg in meine Sendung Halbzeitgedanken gefunden hast. Hallo Marion. Ja, hallo Frank. Der Satz ein Leben für den Hund passt? Ja, auf jeden Fall. Warum? Ja, weil mein momentanes Leben tatsächlich sehr auf die Hunde ausgerichtet ist. Ich habe eine eigene Hundeschule und gehe da voll drin auf. Also es ist mein Herzblut, mein Herzthema. Das war aber nicht immer so? Nein. Wie bist du dazu gekommen? Ja, und zwar ist es so, dass ich eine Hündin habe, die nicht ganz so 100%ig funktioniert hat und habe mich dann für das Thema Hundepsychologie interessiert. Wollte eigentlich auch Hundepsychologin werden. Habe dann aber festgestellt, dass es nur das Thema Hundepsychologe nicht gibt, sondern dass man dann auch das Thema Pferd mit behandeln muss oder was weiß ich, Kaninchen, Katzen und so weiter. Und Pferde sind nicht so mein Thema und deswegen habe ich das schnell wieder verworfen. Habe dann gegoogelt, was gibt es denn so und dann kam ich auf den Verhaltensberater für Hunde und dann kam eins zum anderen. Also Hundepsychologie kann ich mir, also ich kenne es von Menschenpsychologie. Man sitzt dann da auf dem klassischen Sofa und lässt sich dann ausfragen, wie muss ich mir das beim Hund vorstellen? Ja, das ist halt so, dass man sich mehr mit der Psyche des Hundes befasst dann in dem Moment. Also du guckst, warum zeigt er das Verhalten, was war da vorher los, wie ist die Agenda und wie ist das Verhältnis zum Besitzer und solche Geschichten halt. Und ja, wie war die Mutter vielleicht drauf von dem Hund, den man hatte? Die Zuchtzustände, wie war das da und solche Sachen da. Da geht man einfach ein bisschen tiefer rein und versucht das dann aufzudecken, aufzulösen und dann zu behandeln. Du bist geboren und aufgewachsen im Ammerland. Ja, richtig, genau. Wo ist das für die, die es gar nicht wissen? In der Nähe von Ostfriesland, das kann bestimmt jeder. Ostfriesland kennt jeder, das ist richtig. Genau, Otto Walges. Otto Walges, genau. Danach hast du einen richtigen klassischen Beruf gelernt? Ja, genau, ich bin Friseurin. Friseurin. Und hast dann da auch gearbeitet in deinem Beruf? Ja, genau. Ich habe dann 93 meinen Meister gemacht und mich dann relativ schnell selbstständig gemacht. War dann, ja, ich glaube, über sieben, acht Jahre war ich selbstständig. Ich habe ein großes Geschäft gehabt, mehrere Angestellte. Das war ganz schön eigentlich, ja. Hast du da aber mit Hunden nichts zu tun gehabt? Nein, wir hatten selber einen Hund, ja, genau. Wir haben mal einen Hund gefunden, den haben wir behalten. Der wurde angebunden bei uns im Dorf und das war dann eigentlich unser erster gemeinsamer Hund. Der Leo. Und ja, das war schon... Was war das für ein Hund? Ein Mischling, da war alles drin, genau. Dann hast du dich mit deinem eigenen Geschäft selbstständig gemacht, viele Jahre und bis dann aber da weggezogen. Richtig, genau. Dadurch, dass mein Mann arbeitslos wurde, den Beruf wechseln musste. Was hat er da gemacht? Der war Fluglotse in der Nähe von Bremen. Oh, genau. Genau, und der Flughafen war zugemacht. Ja, und was machst du dann? Und dann hat er sich bei einem großen Konzern von Hamburg beworben. Der auch mit Flugzeugen zu tun hat. Tatsächlich. Genau, wir wollen keinen Namen nennen. Und ja, hat dann die Zusage bekommen und somit sind wir dann in diese Gegend gezogen. Ihr seid dann aus dem Ammerland, also aus Friesland nach Niedersachsen in den Landkreis Staate gezogen? Richtig, genau. Beziehungsweise wir haben vorher in Friesland gewohnt schon zusammen. Also das Ammerland war als Kind und danach haben wir zusammen in Friesland gewohnt. Okay, also bist du mit einem Mann quasi aus Friesland hergezogen. Ja, genau. Und dann hast du erst mal hier gewohnt und hast erst mal alles hinter dir gelassen, was im Grunde genommen wichtig war. Das heißt, Freunde, Familie, das ganze Umfeld, das stelle ich mir auch weltmäßig schwierig vor. Ja, das war es auch für mich. War wirklich schwer, genau. Dadurch, dass wir nun die Kinder hatten, habe ich dann Gott sei Dank relativ schnell Kontakt hier gefunden. Aber im Grunde genommen war es für mich sehr schwer, ja. Was war das Schwierigste daran? Ja, eben meine Eltern und meinen Bruder nicht mehr ständig sehen zu können. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Also ich war fast jeden Tag da. Und meine Freundinnen halt. Also zwei Stunden Entfernung sind schon nicht ohne, das macht man dann nicht mehr ständig. Man telefoniert zwar, aber es ist nicht dasselbe, als wenn man sich in den Arm nehmen kann und so halt miteinander spricht. Also es war für mich sehr schwer, die Leute zurückzulassen. Eine Fernbeziehung wäre nicht gegangen. Hatten wir versucht, tatsächlich. Also wir waren dreiviertel Jahr, haben wir so gelebt. Das ist aber nichts. Das war nicht dasselbe. Das ist schwierig. Ja, vor allem wegen der Kinder auch. Die waren ja klein und dann Papa nicht da. Na gut, dann hat dein Mann hier quasi in der Nähe seinen Job gemacht oder seinen neuen Job angefangen und du hast da gestanden und mit nix quasi. Genau. Und dann musstest du dir Gedanken machen, wie geht es weiter. Richtig, ja. Wie bist du denn dann auf das Thema Hund gekommen? Ja, also das war eigentlich wirklich erst später. Ich habe dann hier noch als, oder selber als, nein, ich habe selbstständig als Friseur hier gearbeitet. Und dann bekam ich Probleme mit meiner Schulter. Die musste operiert werden. Und ja, was machst du dann? Wie ist denn das? Dann immer die gleichen Bewegungen als Friseur merkst du ja doch. Die Arthrose wird dann auch nicht besser. Und dann habe ich überlegt, ja, was machst du denn alternativ? Und zu der Zeit hatte ich schon zwei eigene Hunde. Als ich dann so langsam anfing, in der anderen Hundeschule, wo ich dann auch trainiert habe, mal auszuhelfen, wenn sie nicht konnte, wenn sie keine Zeit hatte, war ich dann da und hatte dann gutes Feedback eigentlich auch immer. Ja, und ja, so wuchs der Gedanke halt, Mensch, machst das vielleicht doch auch noch beruflich und hatte sehr gute Unterstützung von meinen Freundinnen hier und auch von meinem Mann sowieso. Der unterstützt mich in jeder Beziehung. Und ja, so kam das dann eigentlich. Dadurch, dass ich mich halt auch mit der Psyche vom Hund beschäftigt hatte, war, man merkte halt, dass es immer mehr mein Thema wurde. Du bist jetzt Verhaltensberater für Hunde? Richtig. Dann bist du Welpencoach? Ja. Hundetrainerin? Ja. Was noch? Stresscoach. Stresscoach? Genau, und Coach für Aromatherapie. Okay. Ist eine ganze Menge, ne? Ja. Ganz schöner Stiefel. Ich muss jetzt nochmal nachfragen, Hundeerziehung. Hundeerziehung. Also, ja, Hundeerziehung. Für jemanden, der sich nicht damit auskennt oder nicht so ein Medium drin steckt. Was willst du denn da erziehen? Also Hund, Sitz, Platz, Fuß und dass er sich benimmt. Genau, grundgehorsam. Richtig. Ist das so schwierig, dass man davon Hundeerzieher braucht? Nö, das ist es eigentlich nicht. Aber man bekommt eine gute Unterstützung. Das ist halt wichtig. Und also ich erkläre den Leuten immer, warum zeigt ein Hund das und das Verhalten? Warum musst du ihm das so und so beibringen? Und warum ist es nicht selbstverständlich, dass der auf Sitz, Platz, Fuß etc. oder nein hört, ohne dass er das vorher gelernt hat? Diese Missverständnisse zwischen Mensch und Hund, die werden halt ausgeräumt in der Hundeschule. Und das finde ich ganz wichtig. Warum Hunde und nicht Katzen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ja auch Katzen, so ist das nicht. Aber die kann man nicht erziehen. Nein, schwieriger. Sitz kann unser Kater auch. Aber nee, das ist nicht dasselbe. Es gibt laut Schätzung ungefähr sechs Millionen Hunde in Deutschland. Was meinst du, wie hoch ist der Prozentsatz von Leuten, die sagen, ich komme damit so gar nicht klar oder es gibt unglaublich große Probleme mit meinem Hund? Ich glaube, das sind relativ viele, die sich das auch nicht eingestehen wollen oder beziehungsweise wo der Druck aus dem Bekanntenkreis so groß ist, dass sie sagen, ich traue mich da jetzt nicht, da noch Hilfe aufzusuchen. Aber wir Hundetrainer behandeln ja überwiegend Leute, also Hundetrainer behandeln Leute, die keine Probleme haben. Das sind ja dann sonst eher die Verhaltensberater, die mehr in das Metier gehen. Also wir Hundetrainer behandeln ja auch Leute, die einfach nur den Grundgehorsam lernen wollen oder die Spaß haben wollen mit ihrem Hund, die was zu tun haben wollen und was zusammen machen. Und wie gesagt, wenn jemand Probleme hat, dann sind es dann eher die Verhaltensberater, die dann zur Rate gezogen werden. Und also ich denke, dass jeder Zehnte irgendwas hat. Sind es die Hunde oder sind es die Menschen? Die Menschen. Die Menschen. Überwiegend. Also es ist selten, dass es der Hund ist, an dem das liegt. Also es wird meistens von den Menschen oder von dem Hundehalter auf das Tier projiziert? Ja, genau. Das heißt, du musst mir das mal erklären. Das heißt, jetzt kommt jemand zu dir mit einem Hund, wo du eine Auffälligkeit feststellst und sagst, so mein Freund, jetzt unterhalten wir uns erstmal. Ja, genau. Ob es an dir oder an dem Hund liegt. Genau. Also man schickt dann erstmal einen Ananesebogen raus. Da sieht man dann ja schon, was der Hund alles erlebt hat, was passiert ist etc. Daran kann man schon ganz viel erkennen. Man kann sagen, okay, das ist halt, weil zu früh kastriert wurde oder weil die Mutter vielleicht zu viel Stress hatte und solche Geschichten. Oder keine richtige Haltung. So, und dann irgendwann stellt sich heraus, ja, okay, könnte auch mit einem Besitzer liegen an einer Fehlkommunikation. Und dann gucke ich mir das an, dieses Verhältnis zwischen denen. Das mache ich auch ganz gerne bei denen zu Hause, weil da ist die ganze Atmosphäre einfach entspannter für den Hund und für den Menschen auch. Passiert das oft? Ja. Mit viel Kommunikation? Ja. Ja. Wie gesagt, weil oft zu viel verlangt wird. Was heißt zu viel? Also, dass der Mensch einfach davon ausgeht, dass der Hund das verstehen muss. Mensch, der kann das doch, der muss das wissen. Und so ist es einfach nicht. Ich sage immer, man muss sich vorstellen, wir werden in China ausgesetzt. Und man kann kein Wort Chinesisch und auf einmal soll man das verstehen, was die von einem wollen. Das geht einfach nicht. Also man muss dann schon genau sagen, oder dem Hund genau sagen, was man von ihm will. Das muss man vorher gut antrainieren. Welpen-Coach. Das heißt, für mich, wenn ich das höre, du bringst Welpen was bei? Nein, ich bringe den Besitzern das richtige Trainieren mit ihren Welpen bei. Also es geht schon fast alles über den Besitzer, wenn ich das so höre. Ja, genau. Also ich trainiere die Hunde gar nicht. Also ich nehme den fremden Hund eigentlich nie, also selten an die Hand. Das ist über die Menschen immer. Okay. Genau, also ich erzähle denen, wie der Hund lernt, wie man ihm was beibringen muss. Erstmal durch Locken. Ich gehöre ja zu der Sparte, lieber mit Leckerli als mit Strafe arbeiten. Und dass man erstmal lockt und dann erstmal, wenn die Handbewegung feststeht, dass man dann sagt, was man von ihm will. Also das Kommando, das Signal sagt, dass der Hund das auch wirklich versteht. Was ist denn, wenn der Hund es nicht versteht? Das gibt es eigentlich selten. Gibt es nicht. Ja, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Dann müssen wir nochmal von vorne anfangen, ein bisschen kleinschrittiger arbeiten. Dann müssen wir uns den Hund ganz genau angucken, ist da zu viel Druck drin, ist da zu wenig Druck nicht. Ist da zu viel Druck drin? Ja. Irgendwas. Das Lockmittel ist vielleicht zu schlecht gewählt. Also die Bezahlung ist nicht gut genug. Oder die Umgebung ist zu reizvoll. Also je reizarmer man trainiert, desto besser ist es. Also man muss halt gucken, wie hoch ist der Stress vom Hund. Was ist für dich oder was ist das größte Problem zwischen Hund und Hundebesitzer, außer vielleicht nur die Kommunikation? Lass mich mal drüber nachdenken. Ja, gern. Also wir bauen jetzt ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist ja die Kommunikation das A und O zwischen Hund und Hundeführer. Was ist denn da das, was ist, wenn es das nicht ist? Wenn es andere Probleme gibt oder wenn es andere Gründe hat. Wenn ich zum Psychologen gehe, jetzt ziehe ich mich hin und sage so, das und das stört mich, das und das bewegt mich, das und das Problem habe ich. Das kann ein Hund ja nicht sagen. Wie bekommst du raus, was dem Hund fehlt? Anhand der Körpersprache, das sieht man. Also wenn du lange genug mit Hunden arbeitest, dann siehst du einfach, wie der Hund körpersprachlich zeigt, dass es ihm nicht gut geht. Und woran sieht man das? Ja, an den Gliedmaßen kannst du es erkennen, an der Maulspalte, an den Ohren, an den Augen, am Hächeln. Und das gesamte Erscheinungsbild zeigt einem, da ist irgendwas nicht so, wie es sein sollte. Das hieße ja, wenn sich Menschen oder Hundehalter, nennen wir es mal so, wenn sich Hundehalter mehr mit dem Blick fürs Wesentliche beschäftigen würden, würden sie ihre Probleme selbst sein können. So einfach ist das. Ja, auf jeden Fall, genau. Das ist auch das, wo ich meine Hundebesitzer auch immer wieder darauf hinweise, filmt das, guckt euch das an und bleibt neugierig, warum der Hund das und das Verhalten zeigt. Und dadurch würde man viele Probleme sicherlich ausmerzen können, von selber schon. Na gut, nun klingt das aber verhältnismäßig einfach, weil ich gehe jetzt mit dem Hund spazieren, da kommt ein anderer Hund und mein Hund fängt an, ein Riesentheater zu machen. Und jetzt sage ich dem, ey, lass uns mal miteinander reden, funktioniert ja nicht. Nein, weil im Vorfeld schon einiges schiefgegangen ist, genau. Ja, wahrscheinlich dadurch, dass der Besitzer an der Leine gezuppelt hat oder irgendwie dem Hund mitgeteilt hat, vorher schon Achtung, da kommt ein Hund. Man selber hat schon einen Puls von 180, überträgt sich über neun Meter der Puls vom Menschen zum Hund und dadurch zeigt man dem Hund Achtung, da kommt gleich was, was aufregend wird und dementsprechend reagiert der Hund dann auch. Das klingt jetzt alles sehr einfach, ne? Ja, ist es eigentlich auch. Naja. Man muss es nur verstehen. Ja gut, ich meine, wenn die Fehler erstmal drin sind, wenn der Hund erstmal ein gewisses Verhalten zeigt, dauert es ganz lange, bis dieses Verhalten wieder weg ist. Dein Mann, ist damit eingebunden in das Thema Hunde? Also nur mit unseren eigenen drei Hunden, ja, aber ansonsten nein. Also mit der Hundeschule hat er nichts zu tun. Also hat er mit dem Hundetraining nichts zu tun und ist da völlig außen vor. Ja, genau. Kinder natürlich auch, wie du sagtest. Genau, die unterstützen mich, indem sie unsere Hunde versorgen und mit denen spazieren gehen. Es gibt so einen schönen Spruch, der da heißt, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Mhm. Wie sieht es denn mit Hunden aus? Ja, das ist bei uns auch so. Bei uns Hundetrainern, also viele sind entsprechend durch einen Hund auch zum Hundetraining gekommen oder zum Verhaltensberater. Und wir sind bei unseren eigenen Hunden auch nur Hundebesitzer. Also es ist nicht so, dass ich mich selber ständig analysiere und das machst du falsch. Sondern das geht, da bin ich ganz normale Hundebesitzer auch und denke, Mist, im Nachhinein, das hätte man anders machen können. Aber in dem Moment ist es halt spontanes Handeln und sicherlich auch nicht immer richtig. Aber da hast du recht, wir haben oft irgendwo einen Hund, der nicht ganz hundertprozentig funktioniert. Und das heißt nicht, weil wir jetzt Verhaltensberater sind oder Hundetrainer, dass wir das auch wieder wegbekommen. Da müsste man auch die Zeit haben. Und ganz ehrlich, ich beschäftige mich dann doch teilweise lieber mehr mit den Themen anderer Leute. Naja, aber erfüllt man nicht eine gewisse Vorbildfunktion? Also wenn ich jetzt weiß, ich gehe mit dem Hund spazieren und dann kommt mir eine gestandene Hundetrainerin entgegen. Und ich denke so, ups, da müssen mein Hund und ich jetzt aber mal kräftig stramm stehen vor. Und dann sehe ich im Grunde genommen, naja, die gleichen Probleme wie bei anderen. Ja, genau. Das ist doch gut, oder? Mach dich sympathisch, ja, oder den Hundetrainer sympathisch. Aber das ist eben halt, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen bei einigen, wo ich sage, hm, eigentlich müssten gerade die doch die perfekten Hunde haben. Ja, also zwei habe ich ja Gott sei Dank. Okay, wie viele Hunde hast du? Drei. Drei. Genau. Zwar habe ich Gott sei Dank auch die wirklich gut funktionieren, aber bei der einen ist es halt so, dass genetisch einiges falsch gelaufen ist und gesundheitlich auch. Und das wissen eben halt auch andere Hundebesitzer nicht. Was, wie sieht es wirklich in dem Hund aus? Warum muss der dieses Verhalten zeigen? Und deswegen, also da, das ist mir relativ egal, was andere Leute von mir denken. Und ich setze mich da selber auch nicht unter Druck. Das habe ich mal gemacht, dass ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, was denken die von dir? Ja, du bist Hundetrainer und dein Hund funktioniert nicht. Natürlich, über diese Phase bin ich also schon lange weg. Genau, die sollen erstmal mal sehen, wie es mit meinen Hunden wirklich ist. Die müssten mit meinen Hunden leben, um sich da ein Urteil bilden zu können. Genau. Also, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, der Schuss hat die schlechtesten Leistungen. Ja, genau. Auch bei mir im Friseurberuf so, ja, wie es halt ist. So ist das Leben. So ist das Leben. Tauscht ihr euch als Hunde, Fachleute untereinander aus? Oder macht so jeder ein bisschen sein kleines Ding? Ja, also, wir Verhaltensberater, die wir zusammen damals auf diesem Lehrgang waren, tauschen uns aus. Regelmäßig, täglich fast. Das und das Problem habe ich. Was sagt ihr dazu? Noch mal eine andere Meinung hören. Die Hundetrainer hier vor Ort sind leider mehr für sich. Also, ich habe hier nur eine Kollegin, mit der das wirklich richtig gut funktioniert. und ich finde das ein bisschen schade, dass da dieses Konkurrenzdenken so stark ist. Dass nicht einer sagt, Mensch, ich kann das richtig gut, dafür kann ich das nicht. Also, das ist bei mir auch so. Ich weiß genau, die und die Hunde sind nichts für mich. Die schicke ich dann zu einer anderen Hundeschule. Ach, das machst du auch? Ja, das mache ich. Also, das kann durchaus passieren, dass, wenn ich mit dem Hund zu dir komme und sage, ich habe das und das Problem, sagst du, ist nicht meins, geht zu jemand anders. Ach so. Ja, ja. Also, ich bin da nicht so. Ich habe überhaupt kein Konkurrenzdenken. Ich denke, jeder hat seine Kunden, die er braucht, die zu ihm passen. Aber so ist es eben halt auch, dass es Leute gibt, die nicht zu mir passen oder Hunde auch, die nicht zu mir passen. Wann wäre das oder wann ist das denn der Fall, dass du sagst, geh mal anders hin? Also, bei Aggressionsverhalten ist es bei mir tatsächlich so. Also, bei Spaß-Aggressionsverhalten, Aggression ist ja ein normales Verhalten, das ist notwendig, das braucht ein Hund. Aber bei diesem aggressiven Vorgehen auf Menschen oder auf andere Hunde, das ist nicht so meins. Und die schicke ich dann lieber zu Experten, die sich damit auskennen. Also, Aggressionsverhalten gegenüber anderen Hunden oder Mensch heißt, der ist von Haus aus auf Krawall gebürstet oder? Genau. Und büssig. Und wieso Spaß? Die haben da Bock drauf. Ach so, die machen das, weil sie Bock drauf haben? Nicht, weil ich da verstehe, alles klar. Genau. Und das ist nicht so meins. Also, alles, wenn es ans Beißen geht, also Angstbeißer ist noch eine Sache, aber alles andere ist nicht so meins. Und die schicke ich dann, wie gesagt, gerne zu Kollegen, die sich da gut mit auskennen. Oder eben halt diejenigen, die wirklich auf Drill aus sind, das ist auch nicht meins. So wie diese Schäferhund-Fraktion, da sage ich lieber nein, das ist nicht meins. Da geht man woanders hin. Schäferhund-Fraktion? Was meinst du damit? Ja, das sind so, ich weiß auch nicht, das sind so spezielle Typen, muss ich jetzt mal so sagen, die, das ist jetzt vielleicht falsch gewählt, diese Schäferhund-Fraktion, aber das sind so Typen, die ich einfach in die Schäferhund-Fraktion reinsetze, die Leute, die dieses Grundgehorsam extrem zelebrieren. Und die wollen, dass der Hund immer bei Naht läuft und nicht mal vernünftig freilaufen darf oder solche Geschichten. Die also wirklich nur einen extrem gut funktionierenden Hund haben wollen. Hast du denn schon Fälle erlebt, wo du sagst, hier kommt sogar ich nicht weiter? Also hier versage ich, hier versagt meine Kunst, die ich die ganzen Jahre über gelernt habe? Ja. Gibt es? Aber auch da liegt es dann überwiegend am Menschen. Also viele haben ja leider den Gedanken, so jetzt habe ich einen Hundetrainer hier oder einen Verhaltensberater und das muss dann jetzt auch, die war jetzt dreimal da und dann muss das jetzt auch funktionieren. Oder die sind einfach nicht geduldig genug, setzen ihre Hausaufgaben nicht um und so. Und dann sage ich auch, nee, das hat keinen Sinn mehr mit uns, das geht einfach nicht. Weil du sagst, die haben nicht genügend Geduld, das heißt Geduld ist deine starke Seite? Ja. Also zumindest Geduld mit meinen Kundenhunden und mit den Kunden, ja. Sonst nicht? Nein, im Privaten nicht so. Gar nicht? Nein. Aber wieso nicht? Nö, das ist anders. Das ist so, wenn ich was will, dann muss das auch sofort gehen. Ach so. Ja. Also es ist witzig, dass du Geduld hast mit anderen, mit dir selbst aber nicht. Ja, genau. Okay. Weicht denn die Marion, die Hunde trainiert, sehr stark von der Marion, die privat unterwegs ist, ab? Ja. Ja, also oft. Tatsächlich, ja. Was ist denn deine stärkste Seite, wenn es ums Thema Hunde geht? Dass ich sehen kann, wie es dem Hund geht. Ich fühle das. Ich habe ein Gefühl dafür. Nicht immer, ich liege natürlich nicht immer richtig. Aber ich habe eine ziemlich hohe Trefferquote und das Verständnis. Diese Trefferquote, ist das Bauchgefühl oder ist das, also hörst du auf den Bauch? Bist du Bauchmensch? Ja, genau. Ja, Bauch hat ja immer recht. Immer. Oder fast immer recht, ja. Ich merke das auch, wenn Besitzer mit ihren Hunden an ihre Grenzen kommen, mir das aber nicht sagen wollen. Aber irgendwann suche ich dann das Gespräch, hör mal, was ist denn da los bei euch? Dadurch, dass ich nun auch ja ewig als Friseur gearbeitet habe, habe ich auch eine gute Menschenkenntnis und ein Gefühl dafür, wann es Leuten nicht gut geht. Und so ist es dann halt auch in der Beziehung und Mensch. Also ist Empathie ein wichtiger Punkt im Bereich der Ausbildung zwischen Hund und Mensch? Ja, genau. Dieses hineinversetzen in die Situation der gegenüberliegenden Person. Gibt auch welche, die es nicht haben? Ausfundetrainer? Ja. Gibt es auch? Ja. Die haben ihr Schema F und das ist so, das war schon immer so und so muss es auch bleiben und es ist mir auch scheißegal, was die Leute dazu sagen. Das ist schon in Ordnung. Das ist schon völlig okay. Ja. Und das finde ich so schade, dass man da nicht so ein bisschen drauf hört. Aber das macht sicherlich auch den Teil meiner Arbeit aus. Deswegen habe ich die Kunden, die ich habe und bin auch ganz zufrieden mit so. Wir haben uns ja im Vorfeld schon unterhalten und da hast du zu mir gesagt, wenn ein Hund stirbt, gibt es keinen neuen mehr. Genau. Damals, ja. Der Leo, dass der gestorben ist. Warum? Ja, weil der arme Kerl, der war zum Schluss so krank, beziehungsweise war alt und dement, hat unter sich gemacht und das war wirklich nicht schön mit zwei kleinen Kindern. Und dann dieser alte Leo, der dann alles vollgemacht hat und dann war ich eigentlich viel zu viel genervt von ihm. Also im Nachhinein tut mir das sehr leid. Also das bereue ich, dass ich ihn so behandelt habe, wie ich ihn dann behandelt habe. Und da habe ich gesagt, nee, es gibt keinen Hund wieder. Das Thema ist für mich durch. Können Hunde verzeihen? Ach, können Hunde verzeihen? Also Hunde leben ja im Hier und Jetzt. Das heißt also, ich glaube nicht, dass die sich daran erinnern können, dass ich schlechte Laune hatte vor zwei Tagen oder sowas. Die gucken, die checken dich jedes Mal wieder neu ab, wie bist du drauf? Und so, deswegen glaube ich nicht, dass Hunde verzeihen müssen. Aber Sie haben auch nicht die Eigenschaften, die die Menschen haben. Das heißt, was Gefühle angeht, kann ein Hund lieben, kann ein Hund hassen? Ich glaube nicht, dass ein Hund wirklich hassen kann. Lieben, denke ich schon. Also, dass die sich ihren Besitzern sehr hingezogen fühlen, aber hassen? Also ist das nicht eher eine Abhängigkeit als Liebe? Nö, das glaube ich nicht. Also eine Abhängigkeit meinst du durch Futter und so weiter. Ich denke, dass der Hund ja auch woanders leben könnte, was Fressen etc. angeht. Aber ich denke trotzdem, dass wenn du nach Jahren einen Hund wieder triffst, den du früher mal hattest, dass der sich trotzdem an dieses Gefühl, an dieses Wohlgefühl zumindest erinnern kann, durch den Geruch. Das heißt, wenn der Hund stirbt, gibt es nie wieder einen neuen, hat sich jetzt aber geändert? Ja, genau. Das hatte sich dann drei Monate später wieder. Ach doch, so kurz. Wieder erledigt. Ja, ist ja die beste Art und Weise, eigentlich Trauer zu bewältigen, wenn es ums Thema Hund geht. Ja. Und wie stehst du denn zu dem Thema Hund stirbt? Ich lasse ihn dann, es gibt auch Hundekrematorien und Hundefriedhöfe. Und wie stehst du dazu? Wie stehst du dazu zu dem Verhältnis, was passiert, wenn dein Hund nicht mehr da ist? Also das heißt, er ist nur gestorben, Krematorium, Tonne, Garten, wie auch immer. Gibt es dann die vielfältigsten Möglichkeiten. Wie stehst du dazu? Also ich finde das Krematorium ganz gut. Also ich würde meine Hunde auch einäschern lassen und ja, dann im Garten verstreuen wahrscheinlich. Also ich würde sie mir nicht auf die Fensterbank stellen, aber ich glaube, das würde ich machen. Ja. Es ist aber auch legitim, wenn man sagt, ich habe einen Hund und den vergrabe ich jetzt im Garten. Ist auch eine ganz legitime Geschichte. Ja, das Problem ist halt nur, meine sind ja relativ groß und das wird dann schwierig. Meine Katzen habe ich im Garten vergraben. Okay. Thema Katze, schöner Übergang. Hund und Katze, geht das? Ja, definitiv. Wenn die das von Anfang an kennen, ist das gar kein Thema. Und wenn sie es nicht von Anfang an kennen? Ja, man kann die da langsam ranbringen. Das ist tatsächlich so. Auch wenn dann mal eine neue Katze ins Haus kommt, das ist für die Hunde dann auch oft ein Problem. Aber man kann das langsam, ganz langsam angehen. Nicht übers Knie brechen. Dann müsste das funktionieren. Ja. Im Haus auf jeden Fall. Im Garten. Das ist eine andere Geschichte. Wenn die Katze rennt, dann geht es ja oft ins Jagdverhalten über. Spaß oder, ja, wie gesagt, Jagdverhalten. Und dann, aber im Haus müsste das funktionieren. Ja. Wenn du Trainings frei hast und du bist dann zu Hause mit deinen drei Hunden, sprichst du mit deinen Hunden? Ja, klar. Verstehen die dich? Ja, die fühlen meine Emotionen. Aber sie verstehen nicht, was man sagt? Gewisse Worte werden sie sicherlich können. Also auf jeden Fall super und prima und solche Geschichten wissen die. Also ich lobe sehr viel. Und Essen wissen sie auch, was das heißt. Klar. Genau. Oder was weiß ich. So und so. Der und der oder die und die kommt. Das wissen die auch, wenn ich den Namen sage. Aber ja, ich spreche mit meinen Hunden, ja. Du hast das Thema Listenhunde vor uns gehabt. Und gibt es Listenhunde wirklich? Also das heißt, es ist ein Hund wie jeder ein anderer Hund auch. Was zeichnet denn so ein Listenhund zum Beispiel aus? Ja, also ich finde ja, dass dieser Listenhund, dieser Begriff Listenhund total überholt ist. Dass die Hunde, die als Listenhunde bezeichnet werden, oft ganz liebevolle Hunde sind, die halt nur das Pech hatten, dass sie früher mal dazu gezüchtet wurden, auf andere Hunde loszugehen, auf Menschen loszugehen etc. Also man kriegt jeden Hund dazu, andere Hunde oder Menschen zu beißen, wenn man das möchte. Und für mich ist das Thema Listenhund eigentlich gar kein Thema. Also mir ist das völlig egal, ob das jetzt ein Pitbull ist oder ein Stafford oder so weiter. Also wie gesagt, ich habe eher so das Gefühl, dass die kleinen Hunde, wenn dann eher mal in die, wenn es denn eine Liste geben sollte, da reingehören als gerade diese Rassen. Diese Listenhunde, nennen wir sie mal so, ist das, oder habe ich zumindest manchmal das Gefühl, dass es Hunde sind, die wirklich gehalten werden, um was zu darzustellen, um ein gewisses Ego zu befriedigen oder eine gewisse Darstellung, ein gewisses Klischee aufzubauen. Ja. Ist das denn so? Ja, teilweise ja. Was macht das so problematisch, das Problem oder diese Problematik? Das Problem ist, dass die Leute das gut finden, dass der Hund so reagiert, wie er reagiert, dass er eine kurze Schmerzspanne hat und relativ schnell nach vorne geht, wenn man das denn möchte. Und das ist einfach fürs Ego gut, die große Autos haben wollen, was darstellen und die dann so einen Hund haben wollen, dann vielleicht auch was darstellen. Und das ist tatsächlich auch, das sind dann die Hunde, wo es Probleme gibt. Das hatte ich auch schon in der Hundeschule, wo ich gesagt habe, das mit uns wird nicht funktionieren, weil dafür ist das Verhältnis zwischen den beiden mir zu brisant. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mal Hunde nimmst, die wie im Polizeidienst zum Beispiel sind oder bei Spezialeinheiten, die sind ja auch in der Lage, auf Kommando den Biss zu vollziehen. Das heißt, sie sind ohne weiteres in der Lage, auf Kommando jemanden zu beißen. Ist ja dann im Grunde genommen genau das Gleiche eigentlich. Ja, nur dass die ihre Arbeit verrichtet haben halt dann. Also das ist ja was Berufliches, sage ich jetzt mal so. Dafür wurde der Hund ausgebildet, dass der in den Schutzdienst geht oder halt aufpassen muss. Das macht der aber nicht automatisch. Also das heißt, der ist ja nicht aggressiv, doch, ist schon aggressiv, aber wenn du jetzt sagst, wenn jetzt einer einen Listenhund hat und der es eben halt toll findet, wenn er sofort losgeht und beißt, machen ja Polizeihunde dann auch. Ja, aber die wurden ja vorher entsprechend ausgebildet dafür. Da gibt es dann ja auch das Abbruchssignal. Also die gehen ja auch, so wie ich das weiß, nur auf ein spezielles Kommando los. Ja, okay. Solange das nicht kommt, passiert auch nichts. Das glaube ich, dass es so ist, dass da nichts passiert. Ich kann das nicht sagen. Also ich habe direkt mit Schutzhunden noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt. Aber ich hatte mal einen Kollegen, der solche Hunde hatte, also einen Bekannten, der solche Hunde hatte. Und da war es tatsächlich so, er sagte, wenn ich das und das Wort sage, geht er vor. Es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, zu einem Hund zu kommen. Also manche gehen ins Tierheim, manche kaufen sich den vom Züchter. Nun ist es ja auch so, dass es ganz viele Hunde gibt, die aus anderen Ländern kommen. Ja. Durch Rumänien, Bulgarien, was weiß ich, wie sie alle heißen. Genau. Und das scheint ja doch nach meinen Recherchen ein ziemlich großes Problem zu sein. Ja. Dass man Hunde, die aus dem Ausland kommen, hier in Deutschland hält. Warum ist das so problematisch? Weil die da in ganz anderen Verhältnissen groß geworden sind. Also die Straßenhunde, die da auch schon gelebt haben, also bewusst gelebt haben, haben ja ganz andere Erfahrungen gemacht. als jetzt hier plötzlich. Die sind freigelaufen. Die haben sich ihr Essen suchen müssen. Die haben Probleme mit anderen Hunden gehabt, sich aber selber dazu aufraffen können, diese Probleme mit den anderen zu kommunizieren oder zu behandeln. Und jetzt plötzlich kommen sie nach Deutschland, müssen an die Leine, müssen funktionieren. Vielleicht sind sie sogar in anderen Temperaturen groß geworden. Jetzt hier in Deutschland ist es kalt und nass. Und ich denke einfach, dass es da viel zu viele Probleme gibt. Genau. Diese Stresshormone, die sie da im Ausland hatten, die sind massiv. Die darf man nicht unterschätzen, wenn sie hier nach Deutschland kommen. Das Problem ist, dass viele Organisationen sagen, der Hund ist lieb, der Hund ist ruhig, der kann sich unterordnen, der versteht sich mit Katzen, Menschen, was weiß ich. Das ist in der Auffangstation sicherlich auch so, weil der da kleine Brötchen backt. Kommt er dann aber nach Deutschland ins neue Zuhause, ist es oft nach drei, vier Monaten ersichtlich, dass es dann doch nicht so ist, wie auf der Auffangstation gesagt wurde. Das heißt, so ein Hund ist in der Lage, abzuschätzen, wie er sich wann, wo und in welcher Situation verhalten muss, um einen gewissen Vorteil rauszuholen. Ja, genau. Der macht einen Kosten-Nutzen-Plan. Echt? Genau. Was habe ich davon? Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Woher weiß man das? Woher hat man die Gewissheit, dass das so ist? Das haben Forscher herausgefunden. Okay. Genau. Da gibt es schlaue Menschen, die das alles getestet haben und genau wissen, warum der Hund das macht. Genau. Ich stelle mir das halt unglaublich schwierig vor, weil sie ja mit uns nicht so kommunizieren, wie wir das normalerweise gewohnt sind. Also wenn ich jemanden habe, der hat ein Problem, gehe ich hin, frage und mit viel Glück kriege ich deine Antwort. Bei mir ist das ja nur nicht der Fall. Und das ist halt das große Problem. Das stelle ich mir so schwierig vor. Ja. Muss man denn dann immer zu einem Hundetrainer gehen, um herauszufinden, wo das Problem ist, was die Kommunikation zwischen Mensch und Hund angeht? Nein, es gibt sicherlich auch, es gibt ja online einige Geschichten, die einem da weiterhelfen können. Aber es ist doch schon ein Unterschied, ob man als Hundetrainer den Hund direkt vor Ort hat oder eben halt auch dann für die Menschen, dass die dann einen Hundetrainer direkt vor Ort haben, der einem sagt, Mensch, das und das, das ist irgendwie nicht richtig. Ich sage ja mehr das Bauchgefühl, das ist einfach wichtig. Und man kann durch Bücher lernen, sicherlich ganz viel als Mensch. Aber ich rate dann tatsächlich, wenn jemand nicht mit einem Hundetrainer arbeiten möchte, sich ständig filmen zu lassen in diesen Situationen, wo der Hund dies und das Verhalten zeigt, um dann wirklich genau herauszufinden, warum ist das so? Warum muss der Hund jetzt das Verhalten zeigen? Das geht auch bestimmt alleine. Aber es ist nicht so einfach. Was war denn der schwierigste Part auf dem Weg zum, dein schwierigster Part auf dem Weg zur Hundeausbildung? Mein schwierigster Part. Was ist dir am schwierigsten gefallen, wo du gesagt hast, boah, das ist schon eine echte Hausnummer? Oder ist dir das alles so lock auf lockig von der Hand gegangen? Ja, muss man eigentlich so sagen. Das ist jetzt nicht so schwierig gewesen für mich. Also die Kommunikation zu den Menschen ist mir immer schon leicht gefallen. Das Gefühl zu den Hunden hatte ich eigentlich auch relativ schnell. Also die Theorie ist so ein bisschen so. Das ist so das, was man natürlich sehr verinnerlichen muss. Und vor allen Dingen in meinem Alter ist es ja auch nicht mehr ganz so ein, da noch so viel zu lernen. Und es gibt Sachen, die interessieren mich einfach nicht so. Die zwar wichtig sind, aber die, gut, die habe ich gelesen. Und dann ist das auch wieder weg. Ich weiß, warum das dann so ist, aber mehr eben auch nicht. Also ich lese dann auch nochmal nach, wenn es dann wichtig ist. Also du lernst, trotzdem du fertig bist, immer noch dazu. Ja, also jeden Tag. Du bist immer neue Erkenntnisse. Genau, das finde ich ganz wichtig, dass man nicht stehen bleibt. Ja. Du lässt ja da auch nicht reinreden, ne? Nein. Also du bist jemand, der sagt, mach ich und es ist mir egal, was die anderen sagen. Ja, also ich lasse mich da ganz schlecht belehren. Also wenn ich so meinen Weg habe, dann gehe ich den auch. Und natürlich sagt mein Mann dann auch mal, lass mal lieber, ne? Sag da jetzt mal nichts zu. Aber das ist mein großes Manko, dass ich oft rede, bevor ich nachgedacht habe. Ja gut, das ist halt willkommen in meiner Welt. Das geht mir permanent so. Also diese Hundegeschichte, diese Hundeausbildung ist schon ein Fulltime-Job, ne? Ja, also beinhaltet drei Viertel meines Tages, sage ich jetzt mal so. Genau. Also ein paar Stunden arbeite ich noch als Friseur, aber überwiegend. Das heißt, du hast dein komplettes Leben von Friseurmeisterin umgekrempelt auf das Thema Hund? Ja, das ist mein absolutes Herzding. Deswegen auch dein Name? Herzhund. Herzhund, deine Hundeschule. Also ich denke auch, dass man das merkt, ob man was mit dem Herzen macht oder nicht. Egal was. Also Friseur mache ich mit ganzem Herzen, aber eben halt die Hundeschule noch ein bisschen mehr. Also wenn du etwas nur machst, um Geld zu verdienen, ist das was anderes, als wenn du was machst, weil du das als deine Berufung ansiehst. Ja gut, aber man muss natürlich schon die finanziellen Sachen im Kopf behalten. Das ist ganz klar. Also man muss schon davon leben können, wenn man sowas Vollzeit macht sonst. Oder man hat ein gutes Kissen, wo man sich ausruhen kann. Aber Kombination Hundeausbilder und Hundefriseur ist nichts. Nein, Hundefriseur ist nicht meins. Da hält das ja gar nicht. Du sagst, ich bin sowieso Friseurmeisterin, dann könnt ihr dann gleichzeitig noch mit. Okay, gut. Du hast mir erzählt, wenn ich dich richtig verstanden habe, bedeutet das Hände weg von Auslandshunden? Nicht unbedingt. Also ich habe auch ein paar ganz tolle Kunden mit ganz tollen Auslandshunden. Aber diese Rate ist relativ gering. Also nein, Hände weg von den Auslandshunden will ich nicht sagen. Aber man muss sich im Klaren darüber sein, dass der Hund, den man in der Auffangstation gesehen hat, ein anderer ist als der, oder meistens ein anderer ist, als der, den man bekommt. Man muss viel, viel mehr Geduld haben, viel mehr Verständnis und eventuell auch sich darüber im Klaren sein, dass man einen Hund hat, der nicht so funktioniert wie Hunde, die richtig toll beim Züchter groß geworden sind. Das ist einfach so. Auch selbst wenn man sich einen Welpen holt, der in Deutschland geboren ist, wo die Mutter aber aus dem Ausland kommt. Ach, das überträgt sich dann auch? Ja, das Kortisol, dieses Stresshormon, das bleibt dann bei den Welpen meistens bis zum hohen Alter. Okay. Ja. Also sie sind immer stressanfälliger, so wollen wir mal sagen. Wie viel, wenn man sich jetzt mal umschaut und man macht den Fernseher an und dann geht es los, dann sieht man den Hunde Ausbilder, den Hunde Ausbilder, den Hunde Ausbilder. Wie viel ist davon Show und wie viel ist davon echt? Also es ist natürlich so, dass sich jeder gut darstellen möchte und ich denke im Fernsehen sowieso. Und ich glaube, dass viel von dem, was im Fernsehen gezeigt wird, nicht dem entspricht, wie es wirklich ist. Das heißt, du schlägst die Hände um den Kopf zusammen, wenn du dann diese diversen Hundetrainer siehst, die es im Fernsehen gibt? Nein, das gar nicht mal. Also es gibt einen, den ich ganz schrecklich finde, ja, das ist der Amerikaner. Den finde ich also ganz fürchterlich, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Aber hier in Deutschland, ich will nicht sagen, dass ich das schlecht finde. Also ich finde, darf ich einen Namen nennen? Ja, natürlich darfst du einen Namen nennen. Ich finde den Rütter ganz gut oder den Welpentrainer, die finde ich beide eigentlich ganz nett, ganz witzig. Aber ich weiß nicht, wie viel davon jetzt wirklich aus dem wirklichen Leben kommt oder ob das nicht erstmal zehnmal durchgegangen ist, das Thema, um das dann auch auf die Kamera zu bringen oder Film zu bringen. Aber rein von der Art her, von der Sache her gesehen, sagst du, ist das schon realistisch? Ja, vieles. Es wiederholt sich ja auch, ne? Vieles. Das heißt, es gibt sicherlich einen oder anderen Hund, wo man sagt, hm. Aber im Großen und Ganzen, es ist ja ein wiederholendes Schema, was da auftaucht. Wenn du jetzt jemanden hast, der mit dem Hund kommt, der eine große Verhaltensauffälligkeit zeigt, hast du mir im Vorfeld gesagt, soll er doch erstmal ein Blutbild machen oder eine Haaranalyse. Ja. Wie, was machst du aus dem Blutbild, was siehst du in dem Blutbild, was mit einer Verhaltensauffälligkeit zu tun? Also eine Verhaltensauffälligkeit ist für mich, wir gehen spazieren und dann kommt ein anderer Hund, da haben wir tierisch Alarm. Ist das eine Verhaltensauffälligkeit? Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die man untersuchen lassen könnte, wenn das schlagartig aufgetreten ist. Das heißt also, ist es langsam aufgetreten, ist es meistens eine Sache, die vom Hundehalter kommt. Es ist aber eine Sache, die plötzlich aufgetreten ist. Könnte das durchaus sein, dass es irgendwas Gesundheitliches ist. Und da ist es mir wichtig, dass ich im Vorfeld weiß, dass er tierärztlich untersucht wurde, dass wir das große Blutbild hatten mit Schilddrüse, Hormonstatus oder Bauchspeicheldrüse, ob da irgendwas in Ordnung ist oder körperlich, Muskeln, Sehnen, Bänder, Knochen. Und wenn ich das weiß, dass da alles in Ordnung ist, dann gehe ich erst ins Training, genau. Also es kann durchaus sein, dass gesundheitliche Probleme einen großen Anteil haben an diesem Verhalten vom Hund. Das sind Tierärzte aber nicht, ne? Das heißt, wenn du zum Tierarzt gehst und sagst, mein Hund hat ein Problem, ich möchte gerne, dass wir das einmal durchchecken, das machen die nicht. Das muss dann... Nochmal. Also wenn du zum Tierarzt gehst und sagst, ich habe einen verhaltensauffälligen Hund, machen Sie mal ein Blutbild. Ja. Können die das auch? Oder ist das für die, das ist halt ein Tierarzt und das können nur Tiertrainer, die sich damit auseinandersetzen? Nein, also das große Blutbild macht ja der Tierarzt. Die schicke ich dann in die Klinik und sage, da müsst ihr mal drauf gucken lassen. Das macht leider nicht jeder Tierarzt. Viele sagen, ach, die Hundetrainer wieder. Wissen Sie nicht weiter, dann müssen Sie erst mal ein Blutbild machen lassen. Leider, Gottes ist das so. Wir arbeiten nicht alle so gut mit unseren Tierärzten zusammen. Also gibt es da schon ein gewisses Spannungspotenzial zwischen Hündetrainer und Tierarzt? Ja, auf jeden Fall. Was die Schilddrüse angeht und was Kastration angeht, haben wir ein großes Potenzial an Ärger. Wieso, was Kastration angeht? Ja, dass die Hunde viel zu früh kastriert werden, das ist das Problem. Kastration ist für die Tierärzte Einnahmequelle Nummer eins. Und dementsprechend werden die dann leider Gottes vor der Ausreifung des Körpers oder des Geistes schon kastriert. Das, was große Verhaltensauffälligkeiten zeigen kann im Nachhinein. Okay. Ja. Ah, schon verrückt. Ja, also da gibt es einiges. Aber da scheitern auch schon viele Kundenkontakte. Erst mal dadurch, dass sie den Anamnesebogen nicht ausfüllen, das ist für viele schon zu viel Arbeit. Oder eben halt auch, dass sie sagen, diese ärztliche Geschichte, die mache ich nicht. Also ich lasse kein Blut abnehmen, das kostet zu viel Geld. Und damit hat sich das dann auch für mich erledigt. Also ohne, dass ich da Wissen habe, dass das alles in Ordnung ist, fange ich gar nicht erst an zu trainieren. Da kann man nur verlieren. Ja. Du bist ja knallhart und sagst, so oder so, ansonsten musst du mal alles hingehen. Genau, genau. Also jetzt bin ich so. Vorher war das nicht so, da war ich ja über jeden Kunden oder auf jeden Kunden angewiesen. Aber jetzt ist es so, das mache ich nicht mehr. Weil, wie gesagt, man kann nur verlieren. Wenn der Hund wirklich irgendwas hat und wir docken dann rum und docken dann rum und docken dann rum. Und dann irgendwann heißt es ja, der Hundetrainer hat es nicht hingekriegt. Ja, aber vielleicht, weil gesundheitlich irgendwas ihm wirklich nicht in Ordnung war. Bekommst du denn Feedbacks von deinen Leuten? Ja. Ob das kriegst du? Ja. Das ist mir ganz wichtig. Also Kommunikation mit meinen Kunden ist mir ganz wichtig. Ich bin auch immer erreichbar über WhatsApp oder über E-Mail. Das eher als über Telefon. Und das ist mir ganz wichtig. Ich frage auch oft nach, wie sieht es denn aus, wie läuft es bei euch? Gibt es irgendwelche Veränderungen und solche Geschichten, ja. Wie lange machst du das jetzt insgesamt? Also als Hundetrainer arbeite ich jetzt selbstständig seit drei Jahren. Seit drei Jahren. Hast du einen ungefähren Überblick, wie viele Hunde du schon ausgebildet hast in dieser Zeit? 100 bestimmt. Okay. Hat man dann als Ausbilder auch so Lieblingshunde, wo man sagt, ja geil, endlich mal wieder da oder wie auch immer? Oder behandelt man alle gleich? Also ich versuche schon alle gleich zu behandeln, natürlich. Natürlich ist aber auch auf die Sympathie bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger. Die Hunde finde ich alle gut. Okay. Das ist einfach so. Das sind alles meine Herzhunde. Und ich liebe sie alle. Okay. Ja, das ist mir auch egal, ob das ein, was weiß ich, ein Bolanka ist oder tatsächlich ein langer Schäferhund oder sowas. Das ist also völlig egal. Die Menschen sind das Problem. Manchmal. Aber das ergibt sich von selber. Das ist dann so. Also entweder passen die zu einem oder die passen nicht zu einem. Die, die nicht zu einem passen, gehen auch. Das ist so. Okay. Oder ich verlängere eben halt den Vertrag dann nicht. Du sagst dann auch, es passt zwischen uns beiden nicht, obwohl der Hund geil ist. Ja. Habe ich schon gehabt, ja. Geh mal lieber wieder. Das ist aber konsequent. Ich finde das gut. Du hast gesagt, große Hunde, keine Schäferhunde. Du machst keine Schäferhunde. Du gibst dich nicht mit Schäferhunden ab. Also den deutschen Schäferhund mache ich nicht so gerne, nein. Warum? Also was ist halt der Unterschied zu einem Wolfshund oder zu einem, keine Ahnung, anderen Hund? Negative Erfahrung. Das ist tatsächlich so. Also ich kenne einige, die Schäferhunde hatten. Die deutschen Schäferhunde, die klassischen. Und das war halt immer so, dass die gefährlich waren. Entweder waren die früher an der Kette und waren mannscharf oder es hieß, geht da bloß nicht so dicht ran, der beißt und solche Geschichten. Und das ist einfach so ein Unwohlsein und das merken die Hunde einfach. Und ich bin früher als Kind mal von so einem Hund, der wollte mir, glaube ich, nichts tun, aber der ist hinter mir hergelaufen. Der ist ausgebüxt zu Hause und dann kam er zu uns, zu meinen Eltern auf dem Hof. Und dann ist er hinter mir hergelaufen und das steckt da einfach drin. Und das merken die Hunde, das muss nicht sein. Lieber nicht. Das heißt, Schäferhunde machst du gar keine? Doch, ich habe auch langhaar Schäferhunde oder den weißen Schäferhund hatte ich auch schon, aber eben halt nicht diesen klassischen deutschen Schäferhund. Schäferhund mixe mache ich auch, aber eben nicht den. Also weil ich einfach dabei kein gutes Gefühl habe. Hast du eine Lieblingshunderasse? Ich liebe große Hunde, also von daher, da kann ich jetzt gar nicht mal so sagen. Ich würde mir als... Warum große Hunde? Weil man sich nicht so bücken muss beim Neckarli geben? Ja, ach genau. Deswegen. Nein, ich mag die einfach. Ich finde, die sind nicht so querlich, nicht so aufgeregt und ein bisschen entspannter. Und die Besitzer gehen anders mit ihren Hunden um. Die kann man nicht mal eben auf den Arm nehmen, sondern die müssen und können den Hund auch nicht so ziehen an der Leine, sondern die müssen kommunizieren. Und das ist das, wo deswegen mache ich das ganz gerne. Gibt es denn was, was du generell einem Hunderhalter rätst im Umgang mit seinem Hund? Gibt es da so, ja wie beim Autofahren, dass man sagt, fahr nicht zu schnell, wenn glatteis ist oder mach das Licht im Dunkeln an oder wie auch immer. Gibt es das für Hunde auch? Ja, also ich sage immer, achte auf die Körpersprache. Also pass auf, wie dein Hund reagiert. Auch da wieder, mach ein Video, wenn die Leute zum Beispiel ihren Hund über den Kopf streicheln. Das denken viele Besitzer. Ja, dass die Hunde das gut finden. Was aber nicht so ist, das sieht man auch dann auf dem Video, dass der Hund dann den Kopf einzieht. Genau, und das ist so für mich wichtig, dass die Besitzer wirklich immer darauf achten, wie verhält dein Hund sich gerade, was hast du für ein Gefühl dabei, was meinst du, was der jetzt gerade denkt und baue wenig Druck auf. Erstmal wenig Druck, Druck kann man immer noch einbauen, aber erstmal aufpassen, dass das harmonisch läuft. Und ich sage auch immer, mach dir eine Liste mit den positiven Sachen, schreib auf, was du richtig gut findest an deinem Hund, was richtig toll ist und dann kannst du dir die immer wieder angucken, wenn du mal schlechte Tage hast. Hast du denn irgendwas auf dem Weg aus dem Ammerland bereut, zu dem du hierher gekommen bist? Nein, nie. Würdest du jederzeit wieder alles genauso machen, wie du es damals gemacht hast? Auch wenn es schwer war? Ja, auch wenn es schwer war. Also das ist so eines meiner Mantras, es gibt immer ein Hinterher. Also auch wenn es in dem Moment jetzt erstmal schlecht aussieht, aber es kommt auch der Tag, wo es wieder besser ist, wo man sagt, gut, dass es so gekommen ist. Also kann man sagen, du bist ein glücklicher Mensch? Ja. Das ist doch mal eine gute Aussage. Was würdest du den, oder was gibst du den Menschen mit auf den Weg, die sich mit Hunden beschäftigen? Sei es nun einfach so, weil sie einen Hund gerne haben wollen, weil sie ihn toll finden oder weil er auf irgendwas aufpasst. Gibt es da irgendeine Sache, wo du sagen würdest, das würde ich euch gerne mit auf den Weg geben. Ja, habt Spaß aneinander und genießt die Zeit aneinander. Also für die Hundebesitzer wäre es schön, wenn sie auch wirklich mit ihren Hunden spazieren gehen und nicht nur Gassi. Wo ist da der Unterschied? Dass man eben halt bewusster mit dem Hund zusammen spazieren geht. Gassi gehen ist mehr so dieses standardmäßige, wir gehen jetzt mal schnell Pipi machen, bis der Hund gemacht hat. Der Mensch guckt durch die Gegend, der Hund macht sein Ding. Und ich finde das halt schön, wenn man Sachen zusammen macht, wie halt mal Leckerlis zusammensuchen und solche Sachen. Also dieses bewusste Miteinander was machen, so wie wenn ich jetzt mit meinem Mann spazieren gehe. Es ist ja auch schon so, dass wir miteinander reden und so sehe ich das auch. So sollten das die Besitzer mit ihren Hunden auch machen. Nicht nur dieses, ich muss jetzt rausgehen, sondern ich darf jetzt mit meinem Hund rausgehen. Also das finde ich wichtig. Okay, ja das ist ein guter Tipp. Mensch, so schnell ist die Zeit vorbei. Wahnsinn. Wenn ihr Fragen zum Thema Hunde und dessen Erziehung habt, dann schreibt mir an mail.thalbzeitgedanken.de Man kann sich aber auch direkt an dich wenden, Marion. Ja, richtig. Und da auf deiner Homepage findet man Infos dazu. Die Homepage erreicht ihr unter www.hundeschuleherzhund.de Da gibt es auch weitere Infos. Ja. Und wenn da Fragen sind, kann man dann dich direkt kontaktieren. Genau, am besten eben halt immer über eine Nachricht und nicht übers Telefon. Ich bin ganz schlecht, Telefon nicht zu erreichen. Marion, dir vielen Dank, dass du uns einen Einblick in dein Leben gegeben hast. Ich wünsche dir auf alle Fälle viel Erfolg bei deiner Arbeit. Dankeschön. Bleibt gesund. Halte durch. Und wie hat schon Friedrich der Große gesagt, Hunde haben alle guten Eigenschaften des Menschen, ohne gleichzeitig ihre Fehler zu besitzen. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und munter. Tschüss. Auf Wiedersehen.